eine wachsende Gerechtigkeitslücke. 65% der Befragten sind der Meinung, die Lücke müsse nicht von der Wirtschaft, sondern von der Politik geschlossen werden. Rund 66% sehen gar die Politik als Verursacher von mehr Ungleichheit. Herr Döring, die Menschen empfinden zu 70%, dass Deutschland ungerechter geworden ist. Können die recht haben oder sind sie Opfer einer Gehirnwäsche geworden, einer sozialdemokratischen? Ich nehme die Zahl jetzt mal so hin, sage aber ausdrücklich, da wo... Institut für Demoskopien, Allensbach. Gerechtigkeitsempfinden macht sich an mehr fest als nur an der Frage, wer verdient wie viel. Gerechtigkeitsempfinden hat sehr viel zu tun mit Chancen, mit Chancen von Migranten, mit Chancen von jungen Menschen, mit Chancen von Frauen am Arbeitsmarkt. Da sind wir auch noch nicht überall gut. Aber klar ist auch, am Ende der Regierungszeit Schröder waren 5,5 Millionen Menschen arbeitslots, jetzt 2 Millionen. Zumindest für die 3,5 Millionen, die seitdem Arbeit gefunden haben, ist das Land und ist ihr Leben gerechter geworden. Und für die Menschen, die Arbeit haben, ist dank der florierenden Wirtschaft und ausdrücklich auch wegen des Reformmuts früherer Koalitionen unser Land wettbewerbsfähig geblieben. Löhne konnten steigen, Renten konnten steigen. Und das hat Chancen geschafft für ganz viele Menschen. Am Anfang unserer Regierungszeit waren über eine Million Menschen in Zeitarbeit. Jetzt sind es knapp 800.000. Es mag sein, dass es noch weniger werden können. Aber es zeigt auch, das Instrument, Langzeitarbeitslose über die Zeitarbeit in den regulären Arbeitsmarkt zu bringen, funktioniert nach wie vor. Und wir haben die Lücken, die Rot-Grün gerissen hat, Drehtüreffekte, dauerhafte Verlängerung von Zeitarbeit, geschlossen in dieser Wahlperiode. Wir haben reguliert, aber wir regulieren ein wirksames Instrument, um Spitzen abzufedern, auch nicht kaputt. Das ist der Streit, den wir haben, wie viel Staat oder wie viel soziale Marktwirtschaft. Und ich bleibe dabei, die Unternehmerinnen und Unternehmer in Deutschland, die Gewerkschaften in Deutschland sind viel klüger als der Gesetzgeber. Ich würde gerne um eines bitten wollen, dass wir, bevor wir über die Auswirkungen der Agenda 2010 reden und das, was wir daraus lernen, uns vielleicht mal mit dem oberen Ende der Skala befassen. Also kommt dieses Gefühl von einer gewachsenen Ungerechtigkeit in Deutschland auch daher, weil an anderen Stellen und in anderen Berufen und anderen Positionen so viel, viel mehr verdient wird, als die armen Menschen in diesem Land zur Verfügung haben. Also wir wissen, dass ein Stundenlohn von drei Euro und vier Euro, Frau Weißbarn, unanständig niedrig ist. Wissen wir auch, wann es unanständig hoch ist? Es geht nicht darum, was unanständig hoch ist. Es gibt nicht so etwas wie unanständig hoch. Ich sage ja nicht, begrenzen wir, was man maximal verdienen kann. Dagegen hat sich auch die Piratenpartei ausgesprochen. Ich sage nur, wir müssen gucken. Ich finde es höchst ungerecht, wenn jemand arbeitet in drei Schichten und ich bin zufällig mit so jemandem zusammen und sich davon kein Leben leisten kann. Das ist ungerecht. Etwa ein Viertel dieser Menschen sind irgendwie prekär beschäftigt und dann sagen wir, ja, weil die haben ja alle Arbeit. Das ist aber nicht zukunftsträchtig. Trotzdem ist das ein Riesenproblem. Das Ding heißt zwar Armuts- und Reichtumsbericht, über Reichtum steht aber ganz wenig drin, weil wir über Reichtum in Deutschland ganz wenig wissen, weil wir keine Vermögensteuer haben. Das heißt, wir wissen zwar, acht Billionen sind irgendwo an Privatvermögen, aber keiner weiß so ganz genau, wo und wie das ist. Und als dieser Armutsbericht erfunden wurde, das war ja so Ende der 90er, haben die angefangen darüber nachzudenken, da hatte vorher die Kirchen so ein Sozialwort erlassen, haben gesagt, wenn ihr das macht, das ist super, aber kümmert euch auch um den Reichtum. Denkt immer nicht nur an Armut, weil Armut bedeutet dann nur Umverteilung des Mangels unter verschiedenen Armutsgruppen. Kümmert euch um die Reichen. Aber die Reichen haben es irgendwie geschafft, sich so rauszudrücken. Man weiß immer gar nicht so genau, wie viel haben die. Und das wollen die auch nicht, dass man das weiß. Insofern ist das sehr, sehr wichtig, dass sie darauf hinweisen. Und wenn ich das nur sagen darf, finde, die Piraten irren sich da. Natürlich muss es auch eine Obergrenze geben, weil so wie es eine Untergrenze des Anstands gibt, gibt es natürlich auch eine Obergrenze. Frau Wischhusen, wenn wir uns danach fragen, was eigentlich reich und was unanständig reich ist in diesem Land, denken Sie auch manchmal darüber nach? Sie sind eine junge Unternehmerin, Sie haben Verantwortung für Ihre Mitarbeiter. Was ist in Ihren Augen unanständig? Also für mich ist das kein Wert. Ich finde, es ist nicht unanständig, einen gewissen Betrag zu verdienen. Wichtig ist da wirklich das Leistungsprinzip. Wenn ein Unternehmen nachhaltig erfolgreich ist und sehr gut aufgestellt ist, ich glaube, da kann man auch VW mal als Positivbeispiel nennen, dann hat Herr Winterkorn auch das Recht, den Betrag zu verdienen. Ganz klar. Wichtig ist aber dabei, und was mir fehlt in der ganzen Diskussion, ist eben das Prinzip von Risiko und Haftung zu vereinen, was wir als Familienunternehmer tun. Wir bezahlen uns selbst nicht so hohe Löhne und Gehälter, weil wir das als produktiv in der Firma lassen. Und das Prinzip von Risiko und Haftung zeigt uns eigentlich, wie es funktionieren kann. Und auch ein Herr Winterkorn weiß, dass er eben nicht die 20 Millionen verdienen mag, einfach aus Imagegründen, auch fürs Unternehmen. Er hat freiwillig darauf verzichtet. Und das ist ein nachhaltig erfolgreiches Unternehmen. Und das sollte man auch durchaus honorieren. Interessante Frage nochmal, aufgenommen von Herrn Augstein. Frau Weisbrand, wenn Sie sich da nicht so richtig festlegen wollen, würden Sie sich bei Herrn Winterkorn festlegen und würden sagen, was soll eigentlich jemand mit einem zweistelligen Millionenbetrag anfangen, mit diesen nun nicht 20 Millionen, sondern 15 Millionen? Das ist halt das. Ich denke, dass ich erlebe es mit bei vielen Unternehmen, dass sich da gerade die Manager das meiste von abzwacken. Es muss ersichtlich sein, wohin dieses Geld fließt. Es muss erstens auch ersichtlich sein, wo, da stimme ich mit Herrn Augstein überein, der Reichtum in diesem Land ist, ohne das direkt als Konsequenz verhindern zu wollen. Aber wir müssen auch regulieren, dass sich das nicht zu sehr konzentriert. Ich finde es wichtig, dass Geld in einer Firma auch angelegt wird. Wenn es da ist, wenn die Firma es erwirtschaftet, dann sollte es investiert werden, um den Arbeitnehmern auch einen gerechten Lohn auszuzahlen. Und dann können wir gleich an dieser Stelle Herrn Döring noch mal fragen. Herr Döring, mittlerweile gefällt sich auch die Kanzlerin darin zu sagen, da muss mehr Maß und Mitte herrschen. Und die Gehälter, die die Manager bekommen und die Boni, die die Banker bekommen, müssen begrenzt und beschränkt werden. Wo sind dann eigentlich noch die Menschen, die sagen, Leistung muss sich lohnen? Also Maß und Mitte beweisen die meisten Unternehmerinnen und Unternehmer in Deutschland. Das sind insbesondere die Familienunternehmen. Das sind ja die meisten. Und unser Vorschlag ist, dass die Eigentümer über die Gehälter ihres Managements entscheiden. Nicht Gremien in Aufsichtsräten, sondern diejenigen, die es am Ende auch bezahlen. Das sind die Eigentümer auch von Aktiengesellschaften. Deshalb muss ein Teil des Lohnfindungsprozesses für das Management an die Hauptversammlung zurückgegeben werden. Dann haben wir Transparenz gegenüber den Eigentümern. Wenn aber die Eigentümer entscheiden, der Manager XY ist es mir dann auch wert, weil er Werte schafft, weil er Arbeitsplätze stabilisiert, dann sollten wir als Gesetzgeber nicht die Vertragsfreiheit der Eigentümer einschränken. Das wäre ein Rückschritt in der sozialen Marktwirtschaft. Im Übrigen erlaube ich mir mal, ich habe das heute mal ausgerechnet, die 30 DAX-Vorstände, also die Vorstände der 30 DAX-Unternehmen, bekommen Preta Propta zusammen 550 Millionen Euro Gehalt im Jahr. Die Kader der 18 Bundesliga-Clubs bekommen zusammen etwa 700 Millionen Euro. Also wer schafft mehr Wohlstand für Deutschland? Ich bin ganz sicher, das sind die Vorstände der 30 DAX-Unternehmen. Wenn Sie das sagen, dann muss ich jetzt echt sagen, in der gleichen Zeit, 1989 haben die 500.000 Mark verdient im Schnitt. Jetzt sind das in der Größenordnung von 6 Millionen Euro pro Jahr ihre DAX-Vorstände. In der gleichen Zeit sind aber die Löhne von den Leuten, die dieses ganze Geld erwirtschaftet haben, haben sich praktisch nicht verändert. Und das ist einfach eine Sauerei. Das können Sie den Leuten im Prinzip nicht vermitteln. Und ich wundere mich darüber, über die Gewerkschaften, und ich wundere mich auch über die SPD und überhaupt sozusagen über die Beschäftigten, dass die das so lange einfach so mitgemacht haben. Also wir haben schon, wenn ich was mache, ich sage, ich würde das vielleicht sagen, wir haben 2009 schon einen Vorschlag vorgelegt. Da gibt es nämlich einen Aspekt, den Sie gar nicht erwähnen. Wenn dort Gehälter gezahlt werden, wenn Boni gezahlt werden und hohe Abfindungen gezahlt werden, das ärgert einen ja noch manchmal mehr, wenn die dann wirklich auch noch schlechte Arbeit geleistet haben und gehen mit hohen Abfindungen, dann finde ich, müssen wir die steuerliche Absetzbarkeit begrenzen. Und da haben wir einen klaren Vorschlag gemacht, da haben CDU und FDP dagegen gestimmt. Das ist Gerechtigkeit in Deutschland, dass nicht noch die Steuerzahler subventionieren, was dort an Gehältern und Boni gezahlt wird. Seien wir mal ehrlich, die Verträge eines jeden Vorstands einer Aktiengesellschaft vor Kraft tragen die Unterschrift der Arbeitgeber und der Arbeitnehmervertreter. Und wenn dort Abfindungen verabredet wurden, dann sind die Gewerkschaften mindestens genauso im Boot wie die Anteilseignervertreter. Deshalb sage ich ja, gebt es zurück an die Eigentümer. Wir werden klügere Verträge machen. Aber das hier, sage ich Ihnen gerne, weil die Politik nicht dazu da ist, gute und schlechte Betriebsausgaben zu definieren. Natürlich, das tun wir ständig. Nein, das tun wir eben nicht ständig. Doch, wir sagen, welche Autos absetzbar sind, das sagen wir ständig. Es wäre falsch, an dieser Stelle den Eindruck zu erwecken, wir wüssten besser, was richtige und falsche Betriebsausgaben sind, sondern wir sollten dafür sorgen, dass bessere Verträge gemacht werden. Und die werden gemacht in dem Moment, wo sich das Management gegenüber den Eigentümern verantworten muss. Und wo die Haftung sich für das Management erhöht. Die werden aber dann noch leichter gemacht, wenn die Eigentümer das demnächst alleine tragen müssen, ab einer gewissen Summe X. Wenn nämlich die steuerliche Absetzbarkeit begrenzt ist, dann werden die Eigentümer auch anders damit umgehen. Aber da kann es das juristische Problem, Frau Kraft, geben, der Doppelbesteuerung, weil man im Grunde genommen ja zweimal Steuern zahlen würde. Das wäre gegebenenfalls... Das ist aber zu lösen, wir haben ja einen Vorschlag dazu gemacht. Wenn Sie auch wissen, wie das juristisch zu lösen ist, dann sind wir da besonders stolz auf die SPD. Und den Herrn Döring müsste ich noch fragen, wie Sie eigentlich dann mit den Gewerkschaften zukünftig verfahren wollen. Ist gegebenenfalls das Entscheiden der Hauptaktionäre einfach nur ein super Schachzug von Ihnen, um die Gewerkschaften daraus zu kriegen aus den Aufsichtsratsgremien? Nein, überhaupt nicht. Keine Hauptversammlung dieser Welt wird ja die unmittelbaren Verhandlungen mit den Betroffenen führen, sondern Richtlinien und Leitlinien. Und meinetwegen auch, wenn die Eigentümer das wünschen, Obergrenzen für die Vergütung festlegen. Aber die Gespräche und auch die Vertragsverhandlungen werden weiterhin die mitbestimmten Aufsichtsräte führen. Das ist auch richtig so. Das hat sich bewährt. Ich will nur darauf hinweisen, diejenigen, die das dann verhandeln und unterschreiben, die haften heute schon und müssen noch viel mehr auch in ihrer Eigenschaft als Vorstände und Aufsichtsräte dann für den Unternehmenserfolg honoriert werden oder eben haften, wenn es dem Unternehmen schlecht ist. Wir hatten das entsprechende Stichwort, dass wir eigentlich tatsächlich erstaunlich wenig über die Reichen in diesem Land wissen. Es gibt einen Bericht, der heißt Armutsbericht, der heißt korrekterweise aber Armuts- und Reichtumsbericht. Und wir haben versucht zusammenzutragen, was wir eigentlich über Reichtum und Reiche wissen. Auch diese Überschrift, Reiche vermögen mehr, wurde gelöscht. Lücken im Regierungsbericht. Reiche nämlich werden in Deutschland statistisch nur sehr ungenau erfasst. Von Top-Verdienern mit mehr als 18.000 Euro oder noch mehr Netto im Monat weiß man wenig. Nur, dass ihr Einkommen offenbar ständig steigt. Im Verhältnis zu den Gehältern der Arbeitnehmer in den letzten zehn Jahren um 128 Prozent bei DAX 30 Vorständen. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung schätzt, dass das reichste, ein Prozent der Deutschen, gut ein Drittel des gesamten Nettovermögens besitzt. Frau Wischhusen, stört das Ihr Gerechtigkeitsempfinden, dass das so ist? Was heißt stört das? Also natürlich sind die Zahlen, wenn man sich die so anguckt, klingen sie sehr dramatisch. Und ich denke, der Armuts- und Reichtumsbericht ist eine rein politische Sache. Ich glaube, da kann ich mich ein bisschen zurückziehen an alle, die hier sitzen. Trotz allem ist es ein extrem wichtiges Thema, mit dem wir uns da befassen. Es ist nur auch so, dass wir in Deutschland ja einen progressiven Steuersatz haben. Das heißt, dass auch die Reichen einfach die höheren Einkommenssteuersätze zahlen. Darf ich eine Frage stellen? Sie haben vorhin gesagt, das muss mit Leistung zusammenhängen. Wenn man diese Zahlen sieht, dann wird das ja bedeuten, dass die unteren Einkommensschichten nichts leisten. Und das ist das Fatale. Und das ist auch das, was als ungerecht gesehen wird. Na, da schließe ich mich nicht an. Denn, also gerade die unteren, und das zeigt auch der Armuts- und Reichtumsbericht, da steht ja drin, dass das größte Risiko von Armut eine Arbeitslosigkeit ist. Und zu den Armen gehören nun mal die Arbeitslosen. Und da zeigt es sich eigentlich wieder, wie wichtig auch die Beschlüsse und die Reformen der Agenda 2010 sind, dass wir nämlich gerade auch Leuten ohne Abschluss und mit geringerem Bildungsniveau die Chance geben, in Arbeit zu kommen. Gut, jetzt haben wir tatsächlich nur das ganz anderes geringer. Die Linkspartei, vielleicht kann man das noch mal diskutieren, die Linkspartei, Herr Augstein, legt ja einen Multiplikator fest. Sie sagen, ein Manager soll 20 Mal so viel verdienen, um jetzt noch mal zu den Managern zu wandern, 20 Mal so viel verdienen wie ein angestellter Arbeitnehmer. Ist das eine Größenordnung, wo Sie sagen, das ist fair, oder sind es eher 50 Mal so viel wie... Jedenfalls sind es nicht 400 Mal.